Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Zuallererst natürlich Happy New Year, neues Jahr, neues Glück. Ich starte mit einem Video aus dem Bereich Lesestoff, ihr kennt das. Es gibt einen eigenen Bereich hier, Lesestoff, wo ich Bücher, die ich gelesen habe, die ich für wertvolle Erachte vorstelle. Von daher heute ein paar Worte über dieses kleine, tolle Buch. Dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, also wie gesagt, zuallererst natürlich erste Video 2024. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, glückliches, friedvolles, gesundes neues Jahr. Alles, was ihr euch wünscht. Und ja, die Feiertage gehen schnell rum und es geht wieder los. Und ich starte mit einem wirklich tollen Buch. Ein Buch, was ich sehr, sehr schnell gelesen habe, muss ich sagen. Oftmals ist es so, es gibt ja doch sehr technische Bücher, sehr, also gerade wenn man eh in einer stressigen Zeit ist, geht es mir immer so, ich brauche ein bisschen Ruhe. Also ich brauche wirklich so einen Startpunkt, wo ich sage, jetzt setze ich mich hin. Und das Buch habe ich so zur Hand genommen und durchgelesen, mehr oder weniger. Ja, und auch, gebe ich zu, die letzten Tage immer mal wieder zur Hand genommen, um einzelne Kapitel zu lesen. Es ist geschrieben von, ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, kann man sagen, von einer Fotografenlegende. Das Buch ist in einer Reihe herausgekommen, Master of Photography und es geht um, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Joel Meyerowitz. Und zwar dieses kleine Buch hier, die Lizenz zum Sehen. Und er, klar, ich denke, viele wissen, wofür er bekannt ist und hinten drauf steht halt auch, mit der Kamera in der Hand haben sie die Lizenz zum Sehen. Ein wirklich tolles Buch und zwar in Kapiteln unterteilt und natürlich mit reichlich überraschenden Beispielen, nämlich auch mal, und das fand ich so ganz interessant, Ausschnitte, wie das Bild komplett aufgenommen wurde, welchen Ausschnitt er gewählt hat. Und es ist also kein, ich bin der Größte und zeige euch, wie es geht, Buch, sondern was ich sehr, sehr sympathisch fand, dass es ein Buch ist, was, ja, man merkt halt, da ist jemand, der, wie soll ich das beschreiben, der es einfach auch nicht mehr nötig hat, sondern der einfach seine Erfahrungen weitergibt und das auf eine sehr, sehr schön geschriebene Art und Weise. Und das ist halt auch wieder das, was ich sage, das macht so einen Spaß, das einfach durchzulesen. Und es sind also 128 Seiten immer auch pro Thema fünf, sechs Seiten, vier Seiten, mal sieben Seiten und dazu halt immer auch tatsächlich Bildbeispiele, sodass man die Aussagen und die Herangehensweise sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde, natürlich ist es Street-Fotografie, auch Dokumentarfotografie, aber ich finde das auch sehr wertvoll für Leute, die aus einem anderen Genre kommen, muss ich wirklich sagen, weil die Kunst des Sehens, Sehnen in der Fotografie, es geht auch darum, wie man sich mit der Kamera bewegt, tatsächlich was für eine Aura man ausstrahlt beim Fotografieren, sodass es das Hemmschwellen überwunden werden, wirklich toll gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, das Buch ist schon etwas älter, ich habe es mir halt bestellt, das ist auch wirklich für einen vernünftigen Preis, müsst ihr mal suchen. Joel Meyerowitz, die Lizenz zum Sehen, Master of Photography, kann ich ja sagen, Amazon findet man überall, da ist es auch her. Und das ist so eine kleine Fibel und auch vom Format habt ihr ja gesehen. Sehr, sehr gut, einfach zur Hand zu nehmen, nicht so ein Riesentrümmer. Und das war wirklich ein schönes Buch jetzt so über die Feiertage, was ich sehr genossen habe, denn ihr wisst ja, ich komme hier aus Niedersachsen und seit Wochen, seit Wochen ist das Wetter hier, ja, Dauerregen ist schon kein Ausdruck, Gott sei Dank, wir sind verschont. Unser Haus steht ziemlich weit, also steht oben und auch die Region hier, aber keine 50 Kilometer weiter weg, ist hier überall Land unter. Und ja, da ich also selber aktiv nicht so viel unterwegs war, war das eine schöne Geschichte, schaut es euch mal an, ich kann es sehr empfehlen. Es war seit langem mal wieder so ein Aha-Buch auch und einfach auch sehr, sehr schön zu lesen. Wie gesagt, schaut auch gerne mal seine Bilder an, findet man ja auch schon wirklichen, wirklichen Master of Photography, das muss man schon sagen. Und ja, das wollte ich euch heute gerne mal vorstellen. Das nächste Buch ist auch schon wieder hier. Genau da werde ich einen Startpunkt brauchen von Thomas und Kai mit Bildern, Geschichten erzählen. Das Buch ist ein bisschen größer und ich habe auch schon mal aufgemacht, die Schrift ist deutlich kleiner und da geht es um das Eingemachte. Da werde ich länger für brauchen, bis ich euch da drüber was erzählen kann. Ich denke, viele haben es und ich möchte das Buch, was ja, glaube ich, mit einem der höchsten Buchpreise in Deutschland gewonnen hat, Glückwunsch hier nochmal an der Stelle auch natürlich lesen und es interessiert mich brennend. Ja, das war der Start in 2024, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut gestartet und es sind jetzt trotzdem Fotowalks geplant. Also bald in den nächsten Videos nehme ich euch mal wieder mit auf die Straße. Es sind auch ein paar interessante Sachen bald hier, über die ich berichten werde. Also ich glaube, Langeweile werden wir alle nicht haben und so starten wir mal ins neue Jahr. Okay, ich hoffe, es war wertvoll, es hat Spaß gemacht. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch was Schönes und wir sehen uns die Tage. Und Tschüss. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.